hallo und willkommen und ja ich mache heute mal ein ganz kurzes video ihr seht schon wir finden uns heute mal wieder in wobei kann man euch ganz zu sehen aber befindet uns auf jeden fall in taluscraft v2 das erste deutsche video wird bald kommen mittlerweile kommen ja eigentlich nur englische und ich wollte einfach nur sagen ich brauche eure hilfe denn ich brauche ideen für türen für türen sei schon für räume genau ich würde gerne ein paar mehr räume in meine welt integrieren das problem ist nur ich habe keine ahnung welche und damit ich hier nicht komplett auf dem schlauch stehe würde ich gerne haben wir alles laden lassen genau würde ich gerne von euch ein paar vorschläge erhalten schreibt dazu doch einfach mal in die kommentare welche räume würdet ihr denn gerne hier drin sehen wollen es gibt viele möglichkeiten ich weiß aber welche würdet ihr euch wünschen es kann auch so was verrücktes sein wie zum beispiel bowling bahn oder ein kino oder keine ahnung aber ich brauche auf jeden fall mehr ideen und je mehr desto besser genau das heißt fleißig schreiben und hoffentlich kommt genug antworten ich würde mich freuen und bis dahin wir werden uns im nächsten teil das video auf deutsch sehen macht's gut und ciao euer redgamer